Freitag, den 18.05.2018 ist Fischtag. So gab es heute mein absolut ultimatives Lieblingsgericht. Es gab den feinen, delikaten Sahnehering mit Dillspitzen, dazu Pellkartoffeln und einen knackig frischen Kopfsalat. Leute, das ist ein Gaumenschmaus heute, sage ich. Schön drapiert auf dem Essteller schmeckt das mal noch mal so gut, denn dieser Fisch ist sehr, sehr gesund und reich an ungesättigten Omega-3-Fettsäuren. Das ist ein Gaumenschmaus heute. Das ist ein Gaumenschmaus.